Ich habe gerade eine Lösung gefunden für ein Problem, wovon du auch betroffen sein könntest. Ich finde es manchmal sehr lästig, wenn Kanalpunkte getriggert werden in unmöglichen Momenten. Sprich beim Spielen oder wenn ich zeichne und die dann komplett den ganzen Streamfluss stören. Dafür habe ich jetzt eine Lösung geschaffen mit dem Streamer-Bot und OBS zusammen, damit das nicht nochmal passiert. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Jetzt Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Starten tun wir hier mit einem ganz einfachen OBS. Wir haben eine Startszene, wir haben eine Just-Setting-Szene, wir haben eine Game-Szene. Und wir haben eine End-Szene. Vielleicht sieht das ja so ähnlich bei euch auch aus. Der eine oder andere hat die Startszene nicht, vielleicht auch weitere Szenen. Und wir möchten, dass in der Startszene, in der Endszene und eventuell auch in der Gaming-Szene Kanalpunkte nicht unbedingt getriggert werden, weil die sonst den Streamfluss eventuell stören. Damit starten wir. Ich habe jetzt, wie gesagt, Basic. Ihr könnt das natürlich auf eure Sachen passend ummünzen. Dazu gehen wir jetzt aber erstmal in den Streamer-Bot. Und im Streamer-Bot müsst ihr natürlich gucken, welche Kanalpunkte ihr schon habt. Wenn ihr noch keine habt, legt ihr natürlich welche an. Und dann müsst ihr euch die Frage stellen, welche Kanalpunkte sollen definitiv beim Spielen, beim Startscreen und beim Endscreen ausgeschaltet werden. Dazu müsst ihr eure Kanalpunkte in diverse Gruppen sortieren. Gruppen macht Sinn. Ihr könnt auch alle einzeln machen und die dann einzeln, naja, abfeuern später. In der Gruppe macht es aber mehr Sinn. Deswegen legen wir hier Gruppen an. Ich lege jetzt erstmal einen Kanalpunkt an. Ganz easy. Wir gehen hier einfach im Streamer-Bot unter Platforms. Rechte Maustaste. Add. Und legen hier einfach einen Kanalpunkt an. Irgendeinen. Ja, ich nenne ihn jetzt hier KP. Einmal Kost. Und wichtig ist hier unten bei Gruppe, dass ihr hier eine Gruppe wählt. Und hier sage ich KP On. Das sind die Sachen, die an- und ausgeschaltet werden sollen. KP On, Off. Nennen wir die mal. Ja, das ist die, die wir brauchen. Wichtig ist, dass ihr den Namen später merkt. Beziehungsweise euch den kopiert. Oder später nochmal kopiert. Geht alles. Ich sage okay. Das heißt also, wir haben jetzt hier einen Kanalpunkt, der KP heißt. Der kostet 1. Und ist gerade an. Und ist in dieser Kanalpunkte-Kategorie. Dann habt ihr vielleicht den einen oder anderen Kanalpunkt, der immer an sein darf. Zum Beispiel VIP werden oder highlighte deine Nachricht oder sowas. Irgendwelche solche Sachen. Dann könnt ihr natürlich wieder eine Gruppe einfügen mit eurem Kanalpunkt. Ihr könnt dann hier, was weiß ich, nennen die jetzt einfach 11. Und sagt dann KP Dauer. Das sind dann meine Kanalpunkte, die halt immer an sind. Ja, so unterscheide ich das dann später bei Kanalpunkten. So strukturiert man das dann auch. Und die Kanalpunkte, die wirklich ausgemacht werden dürfen, die solltet ihr dann in diverse Gruppen legen. Habt ihr schon Kanalpunkte? Kein Thema? Klickt da einfach rein. Und dann könnt ihr hier unten die Gruppe nochmal auswählen, wo die hin muss. So, haben wir das gemacht. Gehen wir jetzt zu Action Queues. Wir brauchen nämlich eine Queue. Legt hier eine Queue ein. Ich habe die KP Blocker genannt. Wichtig ist, dass sie non-blocked ist. Das heißt also, wenn ihr eine anlegt mit Add und hier den Namen einträgt, bitte hier keinen Haken setzen. Dann ist das auch okay. Und jetzt gehen wir in die Aktionen. Die allerersten Sachen, die ich jetzt mache, sind folgende. Wir legen zwei Aktionen an. Einmal, dass die Kanalpunkte angemacht werden können. Einmal, dass die ausgemacht werden können. Ich lagere die ein bisschen aus von den zusätzlichen Aktionen, weil vielleicht will ja der eine oder andere Moderator das auch mal ausmachen dürfen oder du selber per, ja, Tastendruck am Stream Deck oder per Befehl im Chat. Also lagere ich die ganze Sache aus. Gehen jetzt hier mit der rechten Maustaste dann einfach auf Aktionen, gehen auf Add und sagen KP On. Ja, so nenne ich das eine. Und legt da eine Gruppe für an. Kanal, Punkte, von mir aus. Und legt die in die Queue KP Blocker. Und sage, okay. Okay, dann habe ich jetzt hier schon mal KP On. Und was wir jetzt hier machen, wir sagen hier in den Sub-Actions, dass die Kanalpunkte an oder ausgemacht werden. In dem Fall an. Wir gehen dann also in die Sub-Actions. Rechte Maustaste, gehen auf Twitch. Dann gehen wir auf Rewards. Und dann gehen wir auf Set Group Enable State. Und hier sagen wir Enable. Und jetzt brauche ich, was wir gesagt haben, die Kanalpunktegruppe bzw. den Namen der Kanalpunkte. Das rücke ich hier mal auf OK, weil ich es vergessen habe. Gehe dann hier auf Platforms. Gehe dann hier unten und sage, ja, KP On Off. Das sind die, die immer an- und ausgeschaltet werden müssen. Also drücke ich hier mit der rechten Maustaste auf den Titel. Gehe auf Group. Gehe auf Rename. Und kann mir das gleiche rauskopieren. SDR GC. Okay. Gehe wieder zurück auf Aktion. Gehe hier rein und tippe das hier ein. Und damit werden die Kanalpunkte aktiviert. Was wir hier noch brauchen, ist vielleicht so ein Indikator. Eine Message, dass wir das wissen. Und dass der Stream das auch weiß, wenn die jetzt nicht gerade in die Kanalpunkte schauen. Also drücke ich hier mit der rechten Maustaste drauf. Gehe auf Twitch. Gehe auf Chat. Gehe auf Send Announcement. Weil das sieht ein bisschen schöner aus, wenn das in den Chat kommt. Dann wird das halt richtig schön aufgehellt. So ein Highlight sozusagen. Klicke dann auf Send Announcement. Und kann hier jetzt so eine Farbe auswählen. Ich nehme in dem Fall orange, weil rot haben wir nicht. Und sage Kanalpunkte deaktiviert. Haben wir das gemacht, kriegen wir jetzt natürlich auch noch eine Nachricht in den Chat. Wie gesagt, schön aufgehält. Zeige ich euch gleich, dass die Kanalpunkte deaktiviert sind. Was wir jetzt noch machen, wir machen jetzt noch einen Trigger. Zum Beispiel für Moderatoren oder für dich selber. Also ein Command, dass du den auch separat ausschalten kannst. Unabhängig davon, ob du Szenen wechselst oder nicht. Also gehen wir hier rein. Oben auf Triggers. Rechte Maustaste. Gehen auf Core, gehen auf Comments, gehen auf Comment Trigger. Gehen auf Create Command. Und sage hier KP on, so dass es von mir aus so heißen. Und Command ist K on. Für mich. Ja, aber ihr könnt das ja nennen, wie ihr wollt. Und dann die Moderatoren einmal rüberschieben und auf OK drücken. Und OK. Und jetzt haben wir diese Basisaktion für Kanalpunkte an schon aktiviert. Oder beziehungsweise schon angelegt. Jetzt kopieren wir uns diese Aktion. Rechte Maustaste hier auf diese Aktion. Duplicate. Und benennen die einfach um. In KP off. Sagen OK. Jetzt müssen wir hier noch so ein paar Sachen ändern. Zum Beispiel den Command. Wir gehen hier wieder auf Create Command. Sagen KP off in dem Fall. Und dann nenne ich das ganze Ausrufezeichen K off. Hier das Blende ist ja egal. So wie ihr es merken könnt. Also wieder Moderator rüber. Sagen OK. Und sage ich auch OK. Und dementsprechend habe ich jetzt hier den anderen Command. Und hier unten machen wir jetzt die Kanalpunkte aus. Also Doppelklick drauf. Dann könnt ihr hier unter State auf Disable gehen. Sagt OK. Und im Announcement ändere ich die Farbe von Orange auf Grün. Und sage Kanalpunkte aktiviert. Und so weiß man Bescheid. Wir machen jetzt mal einen kleinen Test. Und zwar kann ich jetzt hier den Kanalpunkt einmal triggern. Ihr seht hier den Chat hier auf der linken Seite. Und gehe da jetzt drauf. Gehe auf Test. Und dann seht ihr ein Announcement. Grün hinterlegt. Kanalpunkte sind aktiviert. Wobei wir die hier deaktivieren wollten. Also muss hier eigentlich deaktiviert rein. Deaktiviert. Und das Ganze ist orange. Sorry. So. Nicht vertauschen. Und bei KP on geht ihr hier auf Kanalpunkte grün. Kanalpunkte aktiviert. Und hier bei Reward Set Group Enable State auf Disable. So rum. Ja. Okay. Habt ihr das gemacht? Können wir jetzt nochmal testen. Also KP on. Gehen wir hier drauf. Zack. Es ist grün. Kanalpunkte aktiviert. Und KP off. Testen den Trigger. Kanalpunkte in orange. Deaktiviert. Und jetzt müssen wir auch nochmal gucken, ob das wirklich so ist. Wir gehen jetzt hier auf Platforms. Gehen hier runter und gucken. Ah ja. KP on off. Ist gerade deaktiviert. Steht auf No. Kann man hier lesen. Dann haben wir diese beiden Aktionen schon mal ready. Wie gesagt. Die sind ausgelagert. Ihr könnt noch irgendwelche Animationen reinmachen. Oder andere Indikatoren. Bei mir im Stream zum Beispiel. Auf Twitch. Da könnt ihr auch mal ab und zu einschalten. Weil wir sowas auch live mal machen. Da habe ich zum Beispiel einen Indikator. Wo sich ein Icon ändert. Dann anhand des Icons erkennt man, dass die Kanalpunkte aus sind. Ist für mich auch ein Indikator. Das Ganze abgespeichert. Brauchen wir jetzt zwei weitere Aktionen. Weil wir müssen jetzt im Streamer-Bot sagen. Pass auf. In der und der Szene musst du aber ausschalten. Das müssen wir also prüfen. Dementsprechend bauen wir die jetzt ein. Ich nehme mir also zwei Helfer-Aktionen. Ich gehe jetzt hier bei meinen Kanalpunkten. Mit der rechten Maus hast du irgendwo drauf. Gehe auf Add. Dann bin ich nämlich schon in der Kanalpunkte-Gruppe. Und nenne die aktuelle Szene. Habt ihr jetzt aktuelle Szene genannt. Und dort bauen wir jetzt ein paar Sachen ein. Wir wollen jetzt, dass in der aktuellen Szene. Alle Szenen, wo die Kanalpunkte aktiviert werden dürfen. Auch hiermit angelegt werden. In meinem Fall wäre das jetzt das Chatting. Also gehe ich jetzt mit der rechten Maus das hier auf Trigger. Gehe auf OBS. Und dann könnt ihr hier unten auf OBS Scene Changed klicken. Und könnt dann hier oben die Websocket aktivieren. Je nachdem, ob ihr einen habt oder mehrere habt. Wählt das aus, was ihr braucht. Oder halt Any. Wenn ihr nur einen habt, dann reicht das. Und hier müsst ihr den Szenen-Namen jetzt eintragen, wo die Kanalpunkte immer aktiviert sein dürfen. Bei mir war es jetzt das Chatting. Wenn ich nicht weiß, wie ich es eintippe. Ja, oder es falsch eintippe. Dann reagiert er nicht. Deswegen geht ihr einfach in euer OBS. In eure Szene. Drückt F2. Dann könnt ihr das hier einmal rauskopieren. Geht wieder in euer Streamer-Bot. Und kopiert das hier rein. Und jetzt haben wir eine Abfrage drin. Ja, also wenn die Szene gewechselt wird. Und die zufälligerweise die Chatting-Szene ist. Dann machst du jetzt folgendes. Gehen jetzt hier mit der rechten Maustaste rein. Unten bei Sub-Actions. Gehen auf Core. Gehen auf Actions. Gehen auf Run-Action. Und sagen hier in dem Fall, soll er die Kanalpunkte anmachen. Wir übernehmen das. Haben wir das übernommen. Ist es jetzt immer so, wenn die Szene in der Chatting wechselt, macht er die Kanalpunkte an. Was jetzt aber wichtig ist, wenn ihr jetzt mehrere Szenen hier drin habt. Dann ist es so, dass wenn ihr die Szene die ganze Zeit switcht, er auch immer wieder diese Aktion ausführt. Was natürlich ein bisschen doof ist. Weil dann bekommt ihr nämlich immer wieder die Meldung, dass ihr gewechselt habt. Wir machen das mal zum Test. Ja, also ich werde jetzt hier einmal das hier oben einmal kopieren. Den Trigger. Werd den hier wieder einfügen. Paste Trigger. Und nehme mir jetzt die Szene Game. So. Und egal, in welche Szene ich jetzt gehe. Ja, ich gehe jetzt hier rein. Dann seht ihr Kanalpunkte aktiviert. Ich gehe jetzt hier rein. Kann man hier oben sehen, ne? Kanalpunkte wieder aktiviert. Das heißt also, ich bin zwar in den Szenen, wo die Kanalpunkte aktiviert sein dürfen. Aber es ist immer wieder so, dass ich eine Chatnachricht bekomme. Und das nervt. Und das müssen wir jetzt auch noch korrigieren. Also gehen wir zurück in den Streamer-Bot. Im Streamer-Bot drin brauchen wir jetzt aber natürlich noch eine weitere Szene. Und zwar da, wo die Kanalpunkte ausgeschaltet werden müssen. Wir nehmen also hier die aktuelle Szene. Duplizieren das. Duplicate. Und dann nenne ich die aktuelle Szene KP-Off. Komm hier aus. Ja, dass ich weiß, dass da die Kanalpunkte ausgeschaltet werden müssten. Und in der Aktion ändern wir KP-On auf KP-Off. Okay. Und in welcher Szene die ausgeschaltet werden sollen, müsst ihr jetzt hier oben auch eintippen. Zum Beispiel bei mir in der Startszene. In dem Fall Start. In der Endszene. Also Ende. Und ja, lassen wir die. In der Gaming-Szene, dann für Gaming. Also ihr wisst, was ich meine, ne? Und jetzt müssen wir dem noch sagen, das ist nämlich jetzt so die Magic dahinter. Jetzt müssen wir dem noch sagen, pass auf, wenn du das machst, muss die andere Aktion ausgeschaltet sein. Und diese Aktion danach auch ausgeschaltet werden, damit die nicht nochmal getriggert wird. Also machen wir jetzt folgendes. Rechte Maustaste, gehen auf Core, gehen auf Actions. Und dann sagen wir hier Set Action State. Und dann suchen wir uns jetzt die Aktion raus, aktuelle Szene KP-Off. Also unsere jetzige Aktion, die wir gerade bearbeiten. Und sagen, dass er die ausschalten soll. Er soll also praktisch die Aktion, die eigentlich was ausführt, danach direkt ausschalten. Und dann sagen wir hier auf Action aktuelle Szene KP-Off, dass wir eine Kopie von machen. Also wir duplizieren die und sagen hier, dass die andere Aktion, also aktuelle Szene, also da, wo die Kanalpunkte aktiviert werden dürfen, dass sie angeschaltet wird. Also State Enable. So, haben wir das gemacht, haben wir hier diese Funktion schon fertig. Und das Gleiche müssen wir jetzt für die andere Aktion auch machen. Wir kopieren uns jetzt hier einfach eine Aktion, eine Subaction, sagen Copy Subaction, gehen zur aktuellen Szene und pasten die hier. Und in dem Fall müssen wir die aktuelle Szene aber dann deaktivieren. Wir pasten das jetzt nochmal und müssen hier dieses KP-Off wieder aktivieren. Jetzt guckt mal, dass das alles passt. Wir gucken hier rein. KP-Off wird hier deaktiviert und aktuelle Szene aktiviert. Und in der aktuellen Szene wird aktuelle Szene deaktiviert nach Kanalpunkteaktivierung und aktuelle Szene KP-Off, also Kanalpunkte aus, dann aktiviert. Also nur die Szene. Jetzt werden wir das Ganze einmal testen. Wir gehen hier also in unser OBS, sind in der Chatting Szene. Und wenn wir auch in die Startszene gehen, müssen die Kanalpunkte deaktiviert werden. Wir gehen also auf Start. Dann bekommen wir die Nachricht. Kanalpunkte deaktiviert. Da steht er drin. Und wenn wir jetzt in Just Chatting gehen, dann müssten die Kanalpunkte aktiviert sein. In dem Fall gibt es hier einen separaten Kanalpunkt. Da steht er neu, weil er wieder eingebunden wurde. Und wenn wir auf Game gehen, dann darf er nichts mehr sagen. Und macht er nämlich nicht. Und das können wir nochmal beobachten, indem wir hier reingehen. Wenn wir hier mal an die Seite gehen, seht ihr, die aktuelle Szene ist gerade rot. Das heißt, die ist gerade deaktiviert. Gehe ich jetzt auf Ende, werden die Kanalpunkte wieder deaktiviert. Die fliegen hier aus den Kanalpunkten raus. Ich gehe wieder in den Streamer-Bot und ihr seht, jetzt ist aktuelle Szene KP-Off aus. Aber aktuelle Szene, normale Szene, wo die anderen Sachen jetzt aktiviert werden dürfen, wenn man da drauf ist, an. Und so habt ihr jetzt erstmal diese Automatisierung für die einzelnen Szenen. Was jetzt noch kommt, ist natürlich für den Start. Also wenn ihr gerade startet, seid ihr zwar schon in der Startszene, aber der prüft das nicht. Wir brauchen also noch eine kleine Prüfung. Wenn du in der Startszene bist, dann lass die Kanalpunkte bitte deaktiviert. Und das werden wir hier einfach mit in KP-Off mit einbinden, weil das sowieso ein Basic ist. Also bei mir zumindest. Ihr könnt es aber natürlich auch auslagern. Was wir jetzt also machen, wir gehen jetzt hier auf Trigger. Rechte Maustaste. OBS. Und dann können wir hier sagen, OBS Streaming startet, wenn ihr auf Start drückt. Und wenn ich das jetzt mache, dann werden die Kanalpunkte wieder deaktiviert. Ich teste das mal, zack. Und die Kanalpunkte werden deaktiviert. Grundsätzlich. Ja, also immer wenn ihr dann OBS startet, werden die Kanalpunkte deaktiviert. Und damit haben wir eine Lösung geschaffen, die ich glaube für viele interessant ist, weil ihr braucht dann in dem Fall keinen Moderator. Wenn ihr die Szene wechselt, wisst ihr ganz genau, da sind die Kanalpunkte dann aus. Mich kann gerade keiner nerven. Ich glaube, für den einen oder anderen Designer, der ein bisschen so Design-Kram macht, der dann ein bisschen chillig hier am Grafikmachen ist. Der möchte nicht unbedingt, dass High-Level, High-End-Animationen getriggert werden und so weiter und so weiter. Deswegen ist das eine coole Lösung für alle. Super simpel, die Kanalpunkte zu aktivieren und zu deaktivieren. Und das mit einem Automatismus. Plus zusätzlich die Möglichkeit, dass Moderatoren das machen. Richtig geil. Also baut es gerne nach. Wenn euch nun das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch den Kanal, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Solltet ihr auch die Glocke aktivieren. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Also, tschüss.